Wenn man sich die gestrigen Zahlen von Nvidia und vor allem auch die Reaktion der Märkte auf diese Zahlen ansieht, dann könnte man vielleicht sagen, die KI-Blase ist noch nicht geplatzt. Aber es beginnt Luft zu entweichen, denn man sieht schlichtweg, dass das Wachstumspotenzial abflacht und all das bei Bewertungen, die eigentlich auf ein permanentes Höher-Schneller-Weiter eingestellt sind. Das kann nicht zusammenpassen, das hat nicht zusammengepasst. Nvidia hat gestern so berichtet, dass es gerade kein Desaster war. Man musste unbedingt diese Marke von 30 Milliarden Dollar Umsatz erzielen. Was hat man erzielt? 30,04. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht noch einige Anstrengungen unternommen hat, um auf jeden Fall die 30 vor dem Komma zu haben, denn alles andere wäre überhaupt nicht zu akzeptieren gewesen für die Märkte. Wir wollen uns das Setup mal anschauen. Das ist Interessantes, was derzeit abläuft, gar keine Frage. Und hier sehen wir mal eben diese Abflachung, wie stark man über den Konsensschätzungen der Analysten ist. Hier sehen wir, dass das immer weiter abnimmte in letzter Zeit. Man hat 30,04 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Das war am unteren Ende, die Flüsterschätzung ging rauf bis 38 Milliarden Dollar für das nächste Quartal, oder das jetzt laufende, über das man später berichten wird. 32,5 Milliarden, aber wir haben in den letzten sechs Quartalen mindestens 9% Earnings Speed, also dass man da drüber lag. Jetzt waren wir nur bei 5%. Dass das gute Zahlen sind, ist ja gar keine Frage. Aber es ist eben die Frage, inwieweit die Relation zwischen Bewertung und diesen Zahlen noch intakt ist. Und hier sehen wir vielleicht den Hochpunkt, als Jensen Wang hier dieses T-Shirt dieser jungen Dame signiert hat, wo wir gestern diese Nvidia Earnings Parties gesehen haben, etc. Nvidia enttäuscht Ultra-Optimismus. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Räumte Blackwell Probleme ein, also mit diesem Chip. Wir sind dann bei knapp 117 Dollar nach einer wilden Fahrt rauf, runter. Zunächst einmal rauf, dann stark runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Da sind so viele 100 Milliarden Dollar bewegt worden. In wenigen Sekunden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das große Problem ist Price to Sales. Marktkapitalisierung zu Umsatz ist eben bei Faktor 40. Und damit ein Mehrfaches von Microsoft, von Apple, von Google und so weiter. Und das ist das große Problem, wenn jetzt dieses Wachstum nicht mehr da ist, dieses exponentielle Wachstum, dann sind diese Bewertungen schlichtweg nicht zu halten. Und hier sehen wir eben, dass dieses Wachstum zurückgeht. Na klar, ist natürlich auch schwer. Je höher du die Latte legst, umso schwieriger wird es dann auch deutlich wieder über diese erhöht gelegte Latte drüber zu springen. Logisch, ja. Das ist gar keine Frage. Aber wir sehen eben, dass das, was man jetzt prognostiziert hat, dennoch ein Rückgang hier dieses Umsatzwachstums wäre auf jetzt nur noch 79 Prozent. Alles sehr sportliche Zahlen, gar keine Frage. Aber auch der entscheidende Punkt ist eben Margin Compressions. Man hat jetzt nochmal sehr schöne Margen gemeldet mit 75 Prozent. Aber im Earnings Call eben gesagt, ja. So hat es eben hier der CFO gesagt. Also ja, ist es so, dass die Margen zurückgehen werden in den nächsten Quartalen wohl unter 70 Prozent. Und das ist eben genau das Problem. Wenn die Margen zurückgehen, werden auch sozusagen irgendwann diese höhere Revenue Guidance zurückgehen. Also dieses höher, schneller, weiter in den Prognosen zurückgehen. Also dann Jensen Wang, gestern der CEO von Nvidia aufgetreten, im Fernsehen viele Interviews gegeben und erklärt, warum die Goldsucher unbedingt weiter die Goldsucherschaufeln von Nvidia kaufen sollen. Ganz, ganz bestimmt. Das muss unbedingt sein. Und dann, fand ich sehr interessant, wurde ihm eine Frage gestellt. Nämlich, naja, wieso sollen jetzt die Kunden von Nvidia weiter Geld sozusagen da reinpumpen? Wie soll da tatsächlich Geld verdient werden? Also praktisch der Knackpunkt dessen, was ich immer versuche auf den Punkt zu bringen. Es ist ja schön, wenn die Euphorie um die Goldschaufelverkäufer groß ist. Aber was ist, wenn die Goldsucher eben kein Gold finden? Bisher haben sie kein Gold gefunden. Jetzt kommt also die Antwort auf diese Frage mehr oder weniger von Wang. Der sagt ja, generative KI ist eine neue Art Software zu entwickeln. Maschinelle Algorithmen werden effizienter als menschliche Ansätze. Okay, klar, Programmierung, das könnte schon etwas sein. Aber die Frage ist, ist das so ein Faktor, der auch nur ansatzweise das irgendwie rechtfertigt, was die Unternehmen wie Microsoft, Google etc. ausgegeben haben für Nvidia-Chips und was sie da wieder reinbekommen? Dann sagt er, Frontier-Modelle werden immer größer und so weiter. Deswegen brauchst du mehr Rechenleistung. Es gibt immer mehr Modellierer im Vergleich zu denselben wie JetGPT, bla bla. Videospiele werden jetzt sozusagen hier, Bildmodelle und so weiter. Alles richtig. Aber wo ist die Anwendung? Hier kommt jemand also, oder beziehungsweise seine Argumentation kommt sehr stark aus dieser Software-Ecke. Ja, wie mache ich Software und so weiter. Aber eigentlich ist Wang ja ein Top-Verkäufer, der es immer geschafft hat, die Erwartungen hochzuhalten, die Erwartungen zu schüren. Und jetzt sagt er im Prinzip fast in diese Branche rein, ja, ich richte mich hier an die Software-Entwickler. Aber es geht doch hier darum, Software zu verkaufen. Es geht darum, wie machen die Firmen Kohle mit diesen erheblichen Investitionen, die sie eben mit diesen Chip-Käufen getätigt haben. Diese Frage beantwortet Jensen Wang eben nicht, sondern er sagt, ja, Programmierung wird leichter, ja, da können wir vielleicht 2,50 Euro sparen. Gleichwohl hat er auch gesagt, also hier diese neuen generativen KI-Modelle, die werden 10, 20, 40 Mal mehr Computer-Power verbrauchen, weswegen ihr natürlich unsere Chips kaufen müsst. Aber was würde das bedeuten für den Stromverbrauch? Und das ist genau das große Problem. Wer in irgendeiner Form mit diesem Bereich zu tun hat, der hat unfassbar steigende Kosten eben, weil der Aufwand immer größer wird, diese Modelle zu trainieren, immer stromintensiver, kostenintensiver. Und da musst du dann, wenn du diesen Aufwand eingehst, so viel Geld dafür ausgibst, in irgendeiner Form etwas haben, womit du diesen ganzen Aufwand wieder reinholst. Und der ist nicht sichtbar. Der ist nicht sichtbar bei Microsoft, nicht sichtbar bei Google. Und der ist nirgendwo sichtbar. Vielleicht noch am entferntesten ein bisschen bei Meta. Aber dann stellt sich eben auch die Frage, gestern hat man ja einen Aktienrückkauf von 50 Milliarden Dollar verkündet, während gleichzeitig der CEO praktisch jeden Tag Nvidia-Aktien verkauft. Der hat knapp, also zwischen 14 und 20 Millionen Dollar, erlöst er damit täglich. Insgesamt hat er jetzt in letzter Zeit 580 Millionen Dollar erzielt mit dem Verkauf seiner Aktien. Klar, man diversifiziert, aber es ist natürlich komisch, dass der CEO permanent verkauft, fast täglich, während gleichzeitig das Unternehmen die Aktien zurückkauft. Und natürlich stellt sich dann die Frage, naja, wenn der verkauft, ist das vielleicht, sollte ich das auch tun? Hast du kein Vertrauen in die Aktie? Das ist sozusagen diese Frage, die sich natürlich aufträngt. Und hier sehen wir, Nvidia hatte 2024 oder hat 11,7% des US-Bips, was die Bewertung betrifft. Cisco war im Hochpunkt bei 5,5%. Cisco hat nie so viel Geld verdient wie Nvidia, gar keine Frage. Aber warum kauft man die eigenen Aktien zurück? Erst hat man den Aktien-Split gemacht, also die Aktie optisch günstiger gemacht. Jetzt hier dieser Rückkauf müsste doch eigentlich nicht notwendig sein bei einem solchen Growth-Titel, also einem so wachstumsstarken Unternehmen. Warum greift man dann auf Dinge zurück, die sozusagen die Anleger bei der Stange halten sollen? Also hier geht es darum, die vollkommen überzogene Bewertung zu halten, wie hier jemand kommentiert. Und 50 Milliarden Dollar klingen viel, aber das ist immerhin der Gewinn von drei Quartalen. Wir haben jetzt aus den Zahlen gesehen, man hat einen Nettogewinn von 16 Milliarden Dollar, also ungefähr drei Quartale, die man da mal eben ausschüttet an Gewinnen. Das muss ja irgendwie auch funktionieren. Auf Dauer, das ist aber nur 1,6% der Börsenkapitalisierung. Da sieht man, wie die Bewertung ist. Und das ist eben das, was Goldman Sachs neulich gesagt hat. Ja, schön, wir haben jetzt eine Zeit lang KI. Okay, aber wo ist diese Killer-Applikation? Wo ist die Applikation, mit der man richtig Geld verdient? Overbuilding things, doesn't have use for. Wenn man also die Dinge wie Datencenter sozusagen übertreibt, für die es eigentlich keine Anwendung gibt, dann endet das normalerweise nicht so richtig gut. Und genau das ist der Punkt. Die enorme Kosten, die man hat, Strom und so weiter und so fort, die stehen bisher in keinerlei Aufwand zum Nutzen. Deswegen halten sich die meisten Firmen eben auch sehr stark zurück. Und hier sehen wir nochmal dieses Gartner-Modell. Und ich denke, dass wir diese Peak of Inflated Expectations bereits gesehen haben bei Nvidia. Und interessant auch bei Surway. Die Firma hat gestern mal wieder einen sehr unspezifischen Einblick in die Kunden gegeben. Etwa die Hälfte bestehen aus fünf Kunden. Einer davon ist ein Supermicrocomputer. Oder die gestern gesagt haben, wir haben ein bisschen was, vielleicht in der Bilanzen, wo es nicht ganz sauber ist. Weswegen wir mal die Zahlen nicht veröffentlichen können. Und raten Sie mal, wer der größte Kunde von Supermicrocomputer ist. Carl Weave, das ist jedes Unternehmen, das nochmal zu Ende des Quartals kürzlich noch mal sehr viele Nvidia-Chips bestellt hat, um die Erwartungen zu übertreffen. Das auf Kredit von Unternehmen, die sehr stark an Nvidia beteiligt sind. Nvidia ist an Core Wave beteiligt. Und so scheint sich hier etwas Wunderbares zu ergeben. Möglicherweise Supermicrocomputer, so ein bisschen, wie soll man sagen, das trojanische Pferd, das dann Ungemach über diese ganze Geschichte bringt. Die verkaufen sehr, sehr viel, gar keine Frage, aber vielleicht nicht ganz so viel, wie sie sagen, weil sie immer die Erwartungen so stark übertreffen müssen. Und SMCI hat hier gestern gesagt, ja, wir müssen das Design und die operative Effektivnis überprüfen unserer internen Kontrollen. Das heißt mit anderen Worten, wir betreiben Betrug oder wir sind inkompetent. Es gibt eigentlich nur zwei Varianten, die hier als Erklärungsansatz vorkommen. Übrigens gilt auch Supermicrocomputer, oder steht im Verdacht zumindest, dass man der Hub für Nvidia-Chips ist, damit die Chinesen an diese Dinge herankommen. In Singapur ist allerdings noch nicht bestätigt. Hier sehen wir jedenfalls, dass die Aktie von Supermicrocomputer deutlich gefallen ist, während Apple, diese unfassbare Wachstumsfirma, jetzt offenkundig die Zulieferer bittet, mehr zu produzieren, weil man eben denkt, ja, wir haben doch hier KI und so, deswegen werden die Leute unbedingt unsere überteuerten iPhones kaufen. Ich glaube, diese Rechnung wird aufgehen, aber es zeigt, dass man hier optimistisch ist, in einer Situation, in der wir sehen, dass die Bewertungen eben sehr hoch sind. Wir haben beim Buffett-Indicator 202% aktuell. Wir haben insgesamt 57,5 Billionen an Marktkapitalisierung beim US-Markt, bei einem BIP von 28 Billionen, also um und bei die Hälfte. Das zeigt, wir sind historisch nicht gerade billig und gleichwohl ist der Optimismus groß. Hier, neueste Umfrage, immer noch über 50% sind der Optimistik, dass es für den Aktienmarkt nach oben geht, wird Wang als CEO-Chef jetzt hier das Finanzsystem halten können. Da gibt es ja immer wieder diese Grafiken, wenn es wie NVIDIA eben diesen Aktienmarkt stützen muss, diesen Hype, der darf nicht vorbeigehen, sonst haben wir ein Problem. Ein Problem könnte auch Mark Zuckerberg bekommen, der kürzlich gesagt hat, ja, die beiden Administrationen, die hat mich gezwungen zu zensieren, etc. Jetzt kommt ja bald ein neues Buch raus, in dem es heißt, also Zuckerberg muss aufpassen, dass er nicht im Gefängnis landet. Vielleicht hat Zuckerberg deswegen kürzlich gesagt, also hier, ich bin jetzt nicht ein Fan der beiden Regierungen, um sozusagen sich Trump schon ein bisschen anzudienen, von dem er offenkundig erwartet, dass er die Wahl gewinnt. Das Buch oder hier, das ist eine Vorveröffentlichung, diese Drohung gegen Zuckerberg, aber das könnte dann insgesamt auch ein heißes Thema werden, sollte Trump die Wahl gewinnen. Zwei Hinweise noch, meine Damen und Herren, wie die Aktien fällt, enttäuschende Prognose und Blackwell-Probleme, also nochmal einen genaueren Blick, was da los ist. Zweite Geschichte ist ja jetzt ein bisschen in den Hintergrund gekommen, aber für die Märkte dennoch sehr wichtig. Wie ist es denn jetzt mit den Zinsen? Wie geht es da weiter? Heute kommen Erstanträge, BIP kommt aus den USA, also diese beiden Hinweise gerne teilen. Ich sage Servus, Ciao.